Die Tagheuer Carrera Heuer 01 ist eine der bekanntesten und beliebtesten Uhrenmodelle der renommierten Schweizer Uhrenmarke Tagheuer und wurde erstmals im Jahr 2015 vorgestellt. Seitdem hat sie viele Uhrenliebhaber auf der ganzen Welt begeistert. Das Design ist modern und sportlich. Sie verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 43 mm und ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 100 Metern. Das Herzstück ist das automatische Chronographenwerk Calibre Heuer 01, das von Tagheuer entwickelt und hergestellt wurde. Das Uhrwerk verfügt über eine Gangreserve von etwa 50 Stunden und bietet eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit. Es ist durch den transparenten Gehäuseboden sichtbar, der einen Blick auf das komplexe Innenleben der Uhr ermöglicht. Diese Carrera ist nicht nur eine ästhetisch ansprechende Uhr, sondern auch ein Symbol für die lange Tradition und das technische Know-how von Tagheuer. Sie verkörpert die Leidenschaft für Motorsport und die enge Verbindung der Marke zur Rennwelt. Die Heuer 01 ist eine Uhr für Menschen, die einen dynamischen und sportlichen Lebensstil führen und gleichzeitig Wert auf Qualität und Präzision legen.